Wechselt Freiburgs Edeljoker Nils Petersen zum 1. FC Köln. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der 33-jährige deutsche Stürmer nach einer neuen Herausforderung suchen und mit seiner Position beim SC Freiburg unzufrieden sein. Und nun soll er mit einem Wechsel Richtung Köln in Verbindung gebracht worden sein. Sprechen wir mal über dieses Gerücht, über diesen möglichen Deal, ob er zu Köln passen würde und ob es überhaupt funktionieren könnte und was für ein Abgang aus Freiburg spricht. Und falls ihr ein Fan von diesem Video seid, gerne eine Bewertung da lassen und gerne ein Abo, wenn ihr möchtet. Das würde mich sehr freuen und schreibt mal eure Meinung zu diesem möglichen Deal in die Kommentare rein. Der Sommer steht schon bald wieder vor der Tür und die Vereine wollen sich für die nächste schon wieder aufrüsten. Es ist immer eine langfristige Planung und somit ist es auch kein Wunder, dass ein Spieler, wie Nils Petersen sagt, wo sein Vertrag doch im Sommer ausläuft, dass er nach einer neuen Herausforderung sucht und diese soll innerhalb von Deutschland stattfinden. Der 33-Jährige spielt schon seit der Saison 14-15 mit dem SC Freiburg, also gut über 6-7 Jahre spielt er schon im Preisgau und das sehr, sehr erfolgreich gehört zu den besten Spielern, die in den letzten Jahren dort gespielt haben und zu den treuesten natürlich auch. Nur ist seine Zeit langsam dort dem Ende geneigt, denn er war zwar immer der Edeljoker, aber mittlerweile kommt er kaum mehr zu Einsatzzeiten, denn ein Höhler oder ein Dimirovic stehen deutlich vor ihm. Und da nun sein Vertrag ausläuft, wird sich ein Wechsel umso mehr anbieten, vor allem ein ablösefreier Deal, was natürlich für viele Bundesligisten sehr interessant sein könnte und der Bundesligist, der am meisten mit ihm in Kontakt, in Verbindung gebracht wird, ist der 1. FC Köln. Angeblich soll Steffen Baumgart, der Trainer von Köln, ein großer Fan von Petersen sein und schon Kontakt gesucht haben mit dem 33-jährigen Edeljoker, der bei Köln eine etwas andere Rolle einnehmen soll, nicht unbedingt jetzt die dritte Geige spielen soll, aber zumindest jemand, der vielleicht Anthony Modest Entlastung geben wird und vor allem auch Sebastian Andersen ersetzen wird. Denn Sebastian Andersen hat in seiner Zeit, die er zum 1. FC Köln verbracht hat, als er von Union Berlin gekommen ist, für eine Ablösung von über 6 Millionen Euro, nicht wirklich überzeugen können und hat hinter Modest eher immer den Ersatzstürmer gespielt und wird den Verein aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer verlassen. Deswegen bräuchte Köln auf jeden Fall wieder einen neuen Stürmer. Interessant ist nur zu wissen, ob Petersen jetzt wirklich eine Ersatzrolle für Modest einnehmen wird und ob Modest natürlich auch bleiben wird, ist natürlich auch eine andere Frage nach seiner Super-Saison, die er gerade hat. Aber interessant auf jeden Fall zu sehen, dass Petersen jetzt den Weg zum anderen Bundesligisten gehen möchte, hat auch öffentlich bekannt gegeben, dass in der SC Freiburg auch keine Steine in den Weg legen wird. Ob es Köln wird, werden wir noch sehen. Keine Frage, Nils Petersen ist definitiv eine Verstärkung für den 1. FC Köln. Die Frage ist für mich eher, ob es nicht vielleicht eher einen jüngeren Stürmer bräuchten, der dann hinter Modest entwickelt wird und dann zum Stammspieler herangezogen wird. Ich denke aber mal grundsätzlich, dass Nils Petersen erstens diese Ersatzrolle für Anderson einnehmen würde, wenn er denn verpflichtet werden würde vom 1. FC Köln und langfristig gesehen dann vielleicht einen anderen Stürmer. Vielleicht kann auch ein Jan Thielmann hier die Stürmerrolle einnehmen, hat ja bisher gute Leistungen gezeigt, aber das ist natürlich noch alles Zukunftsmusik. Was ist eure Meinung zu diesem Gerücht, zu diesem möglichen Deal? Sky-Bericht, es hat ja schon da intensive Gespräche geben, sollte von Baumgart und von Köln Seite. Zumindest Interesse sollte da sein und Petersen wird ja das Freiburg wahrscheinlich auch im Sommer verlassen. Wo glaubt ihr, zieht das Petersen hin? Glaubt ihr, ist es der 1. FC Köln und auch woanders hin? Schreibt es zu eurer Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und falls euch dieses kleine Video gefallen hat, gerne Bewertungen zu lassen, gerne. Den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und schreibt es mir mal, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.